Zuschauer von MyLab sind dumm, 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 zumindest heißt ihr neues Video so, ihr seid dumm, den Videotitel, der lag mir auch schon oft auf der Zunge, aber dann habe ich doch immer noch irgendwas anderes gefunden, weil wäre ja auch ein bisschen missverständlich, wenn jedes Video so heißen würde, aber MyLab sagt, dass wir dumm sind, meine Meinung zur aktuellen Lage und ich sehe hier schon erwähnte Personen, Thomas Gottschalk, dieses großartige neue YouTube Feature. Was bei mir besonders gut funktioniert und immer so ein Politiker aus Österreich in meine Videobeschreibung setzt, aber mal gucken, warum wir dumm sind, wahrscheinlich wegen Thomas Gottschalk, let's go. Wo fange ich an? Vielleicht erstmal in Amerika, Trumps Wahlsieg. Der wird anscheinend nicht erkannt, okay, Trump ist nicht bei den Personen, Thomas Gottschalk hat es erkannt. Für viele hier ein Schock gewesen sein und so sehr ich den Schock nachvollziehen kann. Ja, für mich nicht. Ich habe das, glaube ich, locker ein, zwei Monate vorher, habe ich gedacht, ist schon wahrscheinlich, dass das passiert. Also nicht, dass ich für den geroutet hätte oder gesagt hätte, ja geil, ich will, dass der gewinnt, aber ich habe schon relativ lange gedacht, naja, okay, der hat schon gute Chancen. Da hat vieles darauf hingedeutet, dass der bessere Karten hat. Das war jetzt nicht so überraschend. War es auch mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50-50 zu erwarten? Nee, nee, mehr. Ich meine, die Republikaner haben mit Trump einen normalen Wahlkampf gemacht. Er hat eigentlich jedes Mal immer nur gesagt, hey Leute, ging es euch vor vier Jahren besser oder schlechter als heute? Die meisten sagen besser. Und Kamala war einfach viel nicht da. Kamala hat irgendwie auf die Frage, was sie dann anders machen würde als Biden, gesagt, ja, eigentlich nichts. Und die ganzen Leute, die sagen, ich bin unzufrieden, die wählen die dann doch nicht. Wenn die sagt, ey, wählt mal mich, dann gibt es Veränderungen. Man sagt, welche Veränderungen? Sie sagt, naja, keine. So, dann wird die natürlich nicht gewählt. Ja, das ist so blöd, ich Trump finde. Kamala Harris hat halt auch keinen vernünftigen Wahlkampf gehabt. Die ist irgendwo in der Mitte dazugekommen, weil vorher dieser klapperige Biden da die ganze Zeit stand. Und dann hat man plötzlich gesagt, ja, ja, nee, wir haben jetzt hier schnell aus dem Ärmel geschüttet so eine andere Kandidatin. Und der ganze Wahlkampf ist eigentlich nur, ich bin nicht der. Ja, well, das ist halt ein bisschen schwach. Hätten die guten Kandidaten gehabt, hätte es vielleicht doch funktioniert. Als wenn Trump verloren hätte, hätte ihn ja trotzdem ungefähr die Hälfte des Landes gewählt. Das Land ist tief gespalten. Naja, gut, also Amerika hat eh ein beklopptes Wahlsystem. Das heißt, du kannst auch da gewinnen, wenn die Mehrheit gegen dich gewählt hat, aber ungefähr ja. Ist aber auch weird, dass das irgendwie ein kontroverses Statement ist, den Kandidaten gut zu finden, der gewinnt, oder? Also ich glaube, in Deutschland ist Pro-Trump-Sein deutlich kontroverser als Anti-Trump-Sein. Und ich meine, der ist jetzt schon zum zweiten Mal der gewählte Präsident. Also der hat jetzt zweimal schon eine Wahl gewonnen. Das heißt, es ist nicht genau 50 Prozent, aber eine große Menge. Der Leute findet den gut. Und trotzdem ist es quasi eine kontroverse Meinung zu sagen, ich finde den Präsidenten gut. In Deutschland noch mal ein bisschen anders. Aber in Amerika habe ich auch mitbekommen, dass das für einige kontrovers war, zu sagen, dass man den eigenen Präsidenten gut findet. Und Spaltung ist Gift für eine Demokratie. Teile und Herrsche, ne? Das ist ein USA-Video, klar, vor allem beim Kapitel zur messbaren Polarisierung. Bernie Sanders hat vor 20 Jahren schon eine Rede gehalten. Die habe ich, glaube ich, gestern, vorgestern gesehen. Wo der genau das beschrieben hat. Wo der meinte, wenn die Republikaner auf die Bühne gehen und sagen, wir wollen gern den Mindestlohn abschaffen. Wir finden es okay, wenn die Amerikaner für zwei, drei Dollar die Stunde arbeiten gehen. Dann gewinnst du nicht wirklich eine Wahl. Wenn man sagt, ich finde, wir sollten weniger Geld für Gesundheit und Bildung ausgeben, gewinnst du auch keine Wahl. Deswegen macht man das nicht. Stattdessen sagt man dann, kämpft mal gegeneinander. Männer gegen Frauen, Schwarze gegen Weiße, Homos gegen Heteros. Die ganze Zeit die Gruppen zerspalten, damit die nicht gemeinsam gegen die Oberschicht kämpfen, gegen die ein Prozent, sondern dann sich unten irgendwo kloppen. Und das hat ja prima funktioniert. Und dann kannst du jetzt halt als Trump auch irgendwelche Arbeiter mitnehmen, die eigentlich überhaupt nicht deine Klientel sind, auch nicht deine Klasse sind. Also wenn der einen erzählt von hier, ich fahre den Müllwagen und ich mache euch die McDonalds-Fritten, das ist ja eine völlig andere Welt. Der Typ hat einen superreichen Vater, der ist einfach seit er lebt Millionär geworden gewesen, immer. Der ist immer reich gewesen. Und der musste nicht irgendwo Jobben gehen und der musste nicht bei McDonalds arbeiten oder putzen oder irgendwo, musste der nie. Und trotzdem haben die normalen Durchschnittsamerikaner, die Arbeiter haben den halt gewählt, weil er denen eine schöne Geschichte erzählt hat. Ja, aber verwunderlich war das nicht. Deutschland scheint nicht derart gespalten. Immerhin haben wir auch mehr als nur zwei Parteien. Aber wir sind auf einem guten Weg, ja. Aber dafür haben wir eine Regierung, die jetzt am Ende ist, weil man sich nicht einigen konnte. Und gerade bei einem Mehrparteien-System ist es ja umso lähmender, wenn Zusammenarbeit und Kompromisse nicht funktionieren. Ja, aber es ist halt auch eine blöde Idee zu sagen, wir sind als Grüne links, als SPD angeblich links, zwei soziale Parteien. Und dann nimmst du dir so eine FDP mit dazu. Ein bisschen zum Scheitern verurteilt, oder? Wenn man sagt, wir wollen voll sozial sein und den Unteren so ein bisschen helfen. Und dann hast du so eine Klientelpartei, die sich eigentlich nur für die oberen 1% einsetzt, dass die sich noch eine zweite Yacht leisten können und dafür dann irgendwie Rente und Bürgergeld und Kindergrundsicherung und sowas, alles hinten runterfällt, damit man irgendwie auf Sylt eine nette Party machen kann. So kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Und wenn du dann so einen Typen auch noch zum Finanzminister machst, der dann wirklich bei jedem anderen Ministerium immer sagen kann, ja nee, ihr macht gar nichts, weil ihr habt kein Geld. Ätsch. Also, da muss man sich wirklich nicht wundern. Und FDP-Finanzminister geht halt nicht gut. Da sollte man vielleicht daraus lernen und nicht nochmal machen. Das ist ausnahmsweise ein Meinungsvideo. Es wird aber kein politischer Kommentar zur aktuellen Lage. Das können andere besser als ich. Dafür kenne ich mich mit Medien und sozialen Medien aus. Und zumindest dazu möchte ich eine Sache loswerden. Geil. Spaltung ist so einfach zu erzielen. Zum einen sind wir alle unterschiedlich informiert und haben dadurch unterschiedliche Wirklichkeiten. Ich sag nur Alternative Facts. Die Plattformen, auf denen wir uns informieren, füttern uns mit genau unserem Weltbild und verfestigen es. Und in Wahlkämpfen spielt das natürlich auch eine wesentliche Rolle, indem gezielt Informationen oder Desinformationen eingesetzt werden. Dann machst du aber auch manchmal schon ein bisschen mit, ne? Wenn der Intendant ein Skript durchgibt und sagt, Mai, lies mal vor. Da bist du ja schon auch ganz gut dran beteiligt, ne? So ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Leute nicht so gut gebildet sind hin und wieder. Danke sehr, Godok, dass du hier diese Heroes-Section, wo hier nur Thomas Gottschalk drin steckt, erweiterst und mir da wieder den österreichischen Maler einsortierst. Dankeschön. Die eben besonders gut zu unserer Wirklichkeit passen. Außerdem, Wut und Empörung funktionieren leider viel zu gut, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das gilt für Populismus, genauso wie für eine Creatorin, die bewusst ein Wort falsch ausspricht, um Kommentare zu ernten. Ragebaiting nennt sich das, also bewusst empörend, damit Leute möglichst viel klicken, kommentieren oder teilen. Es macht übrigens manchmal auch Spaß. Also Engagementbait, Ragebait kann auch sehr witzig sein. Wenn man auch so ein Fake-Account auf Twitter oder Threads oder irgendwie sowas hat, da kann man auch, wenn man so erstmal ein paar Follower hat, kann man da schon lustigen Spaß mit haben, wenn man einfach ein bisschen reintrollt und guckt, ob die Leute antworten. Und man kann die absurdesten Sachen fragen und trotzdem werden sich irgendwelche Boomer beflügelt fühlen, dass sie da ihre Meinung zu kunden tun müssen. Also das kann schon echt manchmal sehr lustig sein. Das ist doch ein super Beispiel dafür. Ich meine, warum habt ihr draufgeklickt? Warum lasst ihr euch als dumm beschimpfen? Oder fühltet ihr euch nicht angesprochen und ihr wolltet... Ich hab da draufgeklickt, weil es in meinem Discord war und ich generell gern Videos von dir gucke und denke, oh... Nur genüsslich zuschauen, wenig als dumm beschimpfe. So oder so, Ragebaiting und Empörung funktionieren sehr zuverlässig. Wann wir jetzt mal schauen, was in unsere Timelines gespült wird? Was davon regt uns am meisten auf? Hier, Harald Lesch. Ich als Frank Thelen-Ultra fühle mich richtig provoziert von dem. Macht uns wütend. Was erschöpft unsere Emotionen? Sorge um Kriege, um Krisen, um die Demokratie. Aber sicherlich auch Thomas Gottschalk. Das ist natürlich legitim, zumal man sich ja auch über mehrere Dinge gleichzeitig aufregen kann. Apropos Trump und regt uns auf. Ich kann nur empfehlen, den Feel the News Podcast mit Familie Lobo anzuhören. Sascha und Jule Lobo, weil Jule, also die hat die komplette Folge über geheult. Ich glaube, sie war auch angetrunken. Und hat halt so gesagt, Harald ist ein Traum geworden. Und hat wirklich eine Stunde durchgeheult. Also so ein bisschen wie Ayosha, nur noch irgendwie anders. Und Sascha hat auf einmal gelispelt. Und ich hatte die Vermutung, dass Sascha Lobo vielleicht ein Problem mit Lispeln hat. Danke sehr, Karim, für den Gift-Sub. Danke. Meine Vermutung war, dass Sascha Lobo vielleicht früher mal gelispelt hat und ihm irgendwelche Logopäden oder Sprachtrainer beigebracht haben, wie er sehr gewählt spricht, weil er redet ja auch immer auf so eine besondere Art, als ob er sich gerade sehr Mühe gibt beim Reden. Und vielleicht tut er das. Und es kann sein, dass Sascha und Jule einfach jetzt die letzten Tage nur gesoffen haben. Und sich richtig einen reingekippt haben. Und gesagt haben, komm, wir müssen so einen scheiß Podcast machen. Und Sascha kann sich ein bisschen mehr zusammenreißen, ein bisschen langsamer reden als sonst oder so. Und beim Lobopäden war der ja. Aber er hat zwischendurch richtig komisch gelispelt. Und ich dachte so, hä, das hat er doch sonst nie gemacht. Und Jule hat halt die ganze Zeit gejammert. Also man hat sie nicht gesehen. Aber man konnte sich beim Hören vorstellen, wie sie da gerade sitzen. Das war wirklich eine absurde Folge. Solange wir nicht vergessen, viele Menschen, nicht alle, aber viele, über die wir uns online aufregen, die uns wüten machen, mit denen wir wahrscheinlich niemals befreundet sein werden, sind am Ende trotzdem Demokraten und Demokratinnen und Demokratinnen. Und innen manche, die gerne gendern und andere, die es hassen, dass wir demokratische Wahlen haben, dass wir Freiheit und Rechte haben. Das wissen manche. Danke, Karim, für noch einen. Dankeschön. Gut gemacht. Vielleicht gar nicht zu schätzen, weil sie es nicht anders kennen. Ja, also nicht alle Demokraten. Sagt gerade jemand außer die AfD. Ich finde die FDP auch nicht so demokratisch, ehrlich gesagt. Aber wir müssen uns mal klar machen, wie toll unsere Verfassung mit unseren Grundrechten ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sollte unantastbar sein. Also in der Praxis, nun ja. Also das Erste, das ist eine nette Präambel. Kannst schön reinschreiben und sagen, ja, ja, das sollte sein, das ist eine tolle Sache. Aber in der Praxis, seien wir doch mal ehrlich, natürlich ist die Würde des Menschen antastbar. Kannst du die ganze Zeit überall machen. Nicht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, unverletzliche Freiheit aller Personen, Gleichberechtigung und das Meinrecht. Ja, wäre schön, wenn dieses ganze Grundgesetz auch mal eingehalten würde. An sich ist ja eine nette Sache. Schwarze Null kann man rausmachen, aber das wird dann eingehalten im Vergleich zur Würde des Menschen. Recht nicht, dass Recht eines anderen verletzen darf. Das mag vielen als selbstverständlich erscheinen. Ja, aber wir haben trotzdem, ey, wir haben Obdachlosigkeit, wir haben Prostitution. Wir stecken Leute irgendwie in Scheißjobs, wo sie morgens um fünf aufstehen und den Kanal reinigen müssen. Und dann sagt man, ihr macht es würdevoll. Naja, naja. Ist es aber nicht. Demokratie muss gelebt und verteidigt werden, nicht nur von Politikerinnen und Politikern, sondern von allen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr kritisieren oder nicht mehr miteinander streiten. Also ich möchte darauf nicht verzichten. Nur in manchen Situationen, zum Beispiel wenn es darum geht, unsere demokratischen Werte und Rechte zu verteidigen, da müssen wir uns zumindest für diesen Zweck zusammentun. Für Feinde der Demokratie ist die effektive Strategie Divide and Conquer, also Teile und Herrsche. Wenn wir es nicht schaffen, trotz aller Differenzen zumindest ein gewisses Gefühl von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit zu behalten, wenn wir uns spalten lassen, sodass... Ist das jetzt die neue Meta oder was? Ist das jetzt das... Ist das jetzt Walk-Kritik ohne Walk zu sagen? Ist das jetzt das neue Kanalkonzept von MyLab, wo sie sagt, ah scheiße, eigentlich hätte ich mal viel früher Stopp sagen sollen, ne? Aber ma... Ah... Ich wollte halt schon auch irgendwie... Ich wollte die Funk-Money's und ich wollte gerne einen großen Kanal. Die Demokratie gefährdet wird, obwohl die Demokratie ja unser kleinster gemeinsamer Nenner ist. Dann haben wir verloren. Deshalb Leute, nee! Lasst uns da nicht mitmachen! Wir sind nämlich nicht dumm! So, wir dürfen uns vor lauter Rage und Empörung... Jetzt kommt die Wende. Das ist einfach... Mr. Gorbatschow, tear down this wall! ...aktivität nicht derart hinreißen lassen, dass wir es noch nicht mal mehr schaffen, gemeinsam unsere fantastischen Grundrechte zu unterschreiben. Und auch wenn es im Internet-Alltag oft so aussieht, als wäre es vielen egal. Ich bleibe davon überzeugt, dass wir hier immer noch die meisten von uns zusammenstehen. Natürlich... Finde ich auch. Ähm... Richtig so... Die Mauer muss weg! Wir sind das Volk. Ich hilfe, dass gezielte Spaltungsversuche als solche zu erkennen. Vor allem während eines Wahlkampfs, der jetzt früher auf uns zukommt als gedacht. Deshalb verlinke ich euch nochmal unser Populismus-Video, in dem wir euch zeigen, mit welchen... Guck mal, hat sie gegendert. Hier, so werden wir von Politikern verrutscht. ...Kricks-Populisten spalten und wie man das debunkt. Und ich verlinke euch unser Video, wie ihr müssen reden, wo es auch darum geht, welche Macht ihr eigentlich mit euren Klicks und Kommentaren habt und wie man diese Macht verantwortungsvoll einsetzt und eine Versachlichung schafft. Damit habt ihr dann auch ein paar handfeste Tools in der Hand. Vor allem wollte ich dieses Video aber machen, um euch... Um euch mal zu sagen, dass ihr dumm seid. ...und mir zu sagen, wir sind nicht allein. Im nächsten Video gibt's dann wieder Wissenschaft. Bis dahin, bleibt sicher. Wissenschaftlich habe ich euch jetzt nachgewiesen, dass ihr Vollidioten seid. Okay, cool. Sind auch die dummen Leute in den Kommentaren oder sind das dann cleverere Leute? Noch mehr Klick, wäre ihr seid dumm gewesen mit Tee. Das hätte die Leute richtig getriggert, lustiger Smiley. Der Titel hat mich sofort angesprochen. Bei den drei Smilies frage ich mich nicht, warum. Ich bin nicht dumm. Ich habe manchmal einfach nur Pech beim Denken. Okay, ja, dann bist du auch angesprochen gewesen. Okay. Ja, gut. Oder gutes Video, Mai. Aber an die Mailab-Fans, seid wirklich dumm. Tschüss.